hello hello my love welcome back to my stuttgart museum tour ja jetzt besuche ich mal das schweinemuseum in stuttgart okay letzte tour start okay ich zeige euch mal wie es aussieht ja also das sieht so aus hier ist so ein schwein ja also hier steht schweinemuseum.de ja da könnt ihr mal reingehen und auf die seite mal anschauen ja also hier gibt ein glücksschwein ja mit euro münze ja okay glücksschwein mit euro münze hier sind auch wieder schweine ja ganz viele schweine hier ist so eine scheune besteht nur auch schweine bilder meine ich so ein altes teil hier so zum transportkutscher und hier sind alle möglichen schwein dosen ja so geld hier ist auch wieder so ein schwein ja auf der seite sind viel ein ganz großes schwein ja so ein eber kann man ja sagen ja und hier sind schweine mit unterschiedlichen farben gelb ja auch schwein ja richtige schweine farbe schwein und um ein schwein überall nur schwein und hier gibt es so ein schweiner bus ja schweiner bus auch so ein schwein er nicht meine bussen ist so eine straßenbahn ja besteht auch auf schwein hier kann man biergarten stuttgarter schlaghof ja hier habe ich auch wieder ein schwein ja auch wieder ein schwein ja auch wieder ein schwein ja also dieses schwein ja auch noch so ein lila schwein und hier so liegende schwein ja also das das ist der schwein schweiner museum ja schlaghof kaffee schlaghof ja überall besteht auch schwein ja ganze gebäude ist stehen auch schwein ja schaufenster ist auch so ein schwein ja ok das sind schweine leider hat das museum jetzt sonst zu konnte ich nicht das museum besuchen aber sondern paar schweine mit einem gefilm hier für euch ok my love see you next video in maybe another place in stuttgart ok bye bye